willkommen zurück zu einer neuen folge von blacks fazit das ist heute die erste folge später kommt noch ein neues projekt ich muss mal schauen welches ich weiß noch nicht sicher und natürlich let's play sanitarium das last rank werde ich heute auswahl lassen denn es gab keine kommentare zu dem thema gestern bei dem spiel was jetzt hier gleich behandeln habe ich ja sowas gesagt aber da eben ein blacks fazit schon länger nicht mehr kam und lasse ich hier let's rank heute ausfallen auch im grund der tatsache dass es jetzt schon relativ spät am abend ist und ja ich hätte natürlich die drei folgen gerne aufgenommen und online gestellt vor mitternacht wie es euch versprochen habe ich hoffe ich schaffe das auch aber ja das ist auch ein grund warum heute ich keine zwang mache aber nächste woche denke ich kommt wieder eins ja heute bei blacks fazit geht es um das spiel sherlock holmes crimes and punishments das spiel haben wir gestern beendet wie immer habe ich drei positive und drei negative sachen in story gameplay grafik und sonstiges gepackt beim sonstigen natürlich nur drei neutrale wie immer spoiler alarm wie immer nur meine meinung kommentare jeder art natürlich auch gern gesehen das spiel ist von dem entwickler frog wears und ist erschienen entweder am 29 oder am 30 september 2014 ich bin nicht ganz sicher aber einen von den beiden tagen ja es ist ein ich würde sagen adventure man schlüpft in die rolle des bereits im titel benannten sherlock holmes dem meisterdetektiv und löst insgesamt sechs verschiedene fälle meistens mit dem besten freund dr john watson zusammen und genau die sind lose miteinander verknüpft eigentlich sind sie nicht wirklich werden da verknüpft darauf komme ich später auch noch aber ja es sind halt wie gesagt sechs fälle und man kann dann entscheiden wie man ermittelt und so weiter aber dazu kommen wir gleich fangen wir bei der story an was finde ich gut nun das erste was ich gut finde ist dass die sechs fälle alle abwechslungsreich sind da gibt es keinen fall der zumindest meiner meinung nach gibt es da keinen fall der langweilig ist und sie unterscheiden sich auch sehr stark im ersten fall geht es darum einen mord an einem alten captain aufzuklären der von einer brune durch wort wurde im zweiten fall ist ein zug verschwunden der anscheinend einfach spurlos in luft aufgelöst jemanden finden soll im dritten fall gab es einen mord in ein termen im vierten fall ist es eine ja ein herrenhaus evigrange wo eben der vorwurf ist dass eben der dortige ermordet wurde von einer bekannten liebeswande das muss ich gerade überlegen im fünften fall war man dann in den botanischen gärten von kew gardens und im sechsten fall bei den schüssen bei mondlicht wo eben ein doppelmord war auf offener straße ja es geht meistens um mord tatsächlich aber dennoch sind sie alle abwechslungsreich denn die orte es sind auf jeden fall sehr verschieden darauf komme ich später noch mal und ja man zumindest ich hatte beim spielen nie das gefühl mich zu langweilen bei den fällen oder nach dem motto ja das habe ich jetzt schon fünf mal gesehen sondern ich fand die fälle alle sehr cool muss ich echt sagen das zweite was ich bei der story gut finde ist dass man nicht nur scherlock spielt es ist zwar selten dass man andere rollen schlüpft aber manchmal muss man es watson zum beispiel spielt man ein paar mal und zweimal auch den toby das ist der hund von scherlock holmes in zweimal muss der eine spur verfolgen das finde ich halt ziemlich cool klar ist scherlock die hauptfigur aber er ist halt nicht der einzige und das hat einfach was ich hoffe ihr hört mich jetzt gut denn draußen ist ziemlicher hagel gerade tut mir leid wenn er mich ein bisschen ablenkt ich hoffe ihr hört mich gut das dritte was ich bei der story gut finde ist dass die charaktere gut beschrieben werden also sowohl scherlock als auch watson als auch charaktere die dann waren zum beispiel vorkommen da ist zum beispiel sherlocks bruder mycroft zu nennen oder inspector lestrade ist da durchaus immer mal wieder da dann gibt es noch den guten wiggins den anführer der spezialeinheit ein straßen kind was einem sehr oft hilft und wo im letzten fall zum beispiel man auch ihm hilft und es gibt natürlich die jeweiligen in den fällen die auch recht gut beschrieben werden also halt die die verdächtigen zum beispiel manche zeugen sowas story nicht so gut finde ich das neben figuren teilweise zu unwichtig sind ich habe gerade eben gesagt die charaktere werden gut beschrieben und das ist auch so das problem ist dass manche nebenfiguren gibt die tauchen nur ganz kurz auf und ja sind fast egal sagen wir es mal so vor alter im moment ist es echt stark der hagel ja wartet mal kurz bitte ich mache kurz die fenster zu das ist mir moment so unsicher sorry freunde aber ich bin gleich zurück einen moment so da bin ich wieder tut mir wirklich leid aber im moment ist er draußen echt schwerst hagel und ich will weder dass der in der folge mega laut ist noch dass irgendwie hier mit den fenster was passiert hatte ich gerade ein bisschen sorgen also nebenfiguren sind teilweise zu unwichtig es gibt einfach nebenfiguren die ja kaum auftauchen sagen wir es mal so dass trifft in meinen augen und ziemlich hofft auf zeugen zu also nehmen wir zum beispiel die schüsse über mondlicht fall den letzten fall da hatte man drei zeugen am anfang man hatte den constable maros man hatte den mr turner und die mrs paul und ja keiner der dreien ist wirklich wichtig man fragt sie ein bisschen klar der constable hilft einem später ein bisschen bei verschiedenen tests bei verschiedenen rekonstruktionen und klar der mr turner ist ein bisschen wichtiger weil er hat halt erst gelogen und man kommt dann dahinter was wirklich bei ihm passiert ist aber das war es halt auch schon ansonsten sind die für den fall leider unwichtig oder ein anderes gutes beispiel sind die mary man eine sehr wichtige gruppierung von revolutionären von arbeitern und anderen eher unterschichtigen die gegen die oberschicht was machen wollen und ja man lernt die erst kennen ganz am ende wo man entscheiden kann ob man sich für sie entschließt also im sinne von ihnen die die sache lässt die sie machen wollen in dem fall die börse von london sprengen oder ob man das verhindert und klar die werden davor hin und wieder mal erwähnt aber sie sind nicht wichtig sie treten nicht wirklich in entscheidung und das finde ich ein bisschen doof und das zweite was bei story ein bisschen doof finde ist das was ich vorher schon gesagt habe die fälle hängen eigentlich kaum zusammen denn wie schon vorher gesagt das sind sechs völlig unterschiedliche fälle weil die alle an völlig unterschiedlichen orten passieren und das einzige was zusammenhängt dabei ist dass man halt einfach abgeschlossen hat einen brief immer findet vom vorfall wo dann entweder ein zeitungsartikel ist oder ein brief von dem also von dem die man als täter identifiziert hat ist je nachdem wie man sich entschieden hat und ja das war es eigentlich auch fast schon ansonsten hängen die fälle kaum miteinander zusammen und das finde ich schade ich persönlich hätte es cooler gefunden wenn sie zumindest ein bisschen zusammengehangen wären denn ja sherlock macht dann auch immer verschiedene sachen die halt einfach nicht so zum vorfall passen weil beim einen zum beispiel des verschwundenen zug da ist man gerade in den urlaub gefahren bzw kommt vom urlaub und der zug taucht halt nicht auf und bei dem fall davor zum beispiel wurde man direkt gerufen von lestrade beim fall danach ebenfalls aber halt an anderen ort als beim ersten fall und ihr seht schon die haben halt einfach nicht miteinander zu tun das ist irgendwie schade ist vielleicht auch eine geschmackssache ist vielleicht auch nicht mega negativ aber es ist ein bisschen schade ja und das dritte was ich schade finde schwingt da schon ein bisschen rein nämlich dass die entscheidungen die man während dem fall trifft sich letztendlich nicht auswirken weil man hat ja viele möglichkeiten da komme ich wieder noch mal drauf zu entscheiden aber letztendlich ist es nicht wichtig das ist eine sache die ich sehr schade finde in weil es kommt einfach keine konsequenz selbst wenn man den falschen hätte man kann ja nachprüfen ob es der richtige oder falsche ist selbst wenn man den falschen hätte soweit ich das gesehen habe wir hatten jetzt die die falsche let's play aber soweit ich das gesehen habe würde es da keine folgen geben also da würde nicht zum beispiel im nächsten fall dann der richtige täter kommen oder man würde auch keine rache bekommen vom falschen das würde einfach nicht passieren soweit ich weiß und wie gesagt wirklich auswirkungen hat es auch nicht außer dass man halt eben den brief bekommt oder halt den zettelartikel wo man liest okay was ist passiert mit der jeweiligen person aber das war es dann auch schon das finde ich halt sehr schade wie gesagt es schwingt ein bisschen mit zeiten rein ich hätte mir gewünscht dass die entscheidungen einfach wichtiger sind denn ja man kann da teilweise sehr neben liegen und das hat halt für leute teilweise große konsequenzen bis zum strick also bis zum tod unschuldig etc und das ist halt quasi egal ist finde ich sehr schade kommen wir zum gameplay gut beim gameplay finde ich dass man im fall viele möglichkeiten hat wie was man machen kann zum einen gibt es da die charakteranalyse die man bei den meisten charakter machen kann also sowohl verdächtigen als auch zeugen da schaut man eben über den körper und entdeckt einfach so keine versteckte hinweise die einem mehr über das opfer verraten das ist nicht immer wichtig aber es ist eine coole sache und die zweite coole sache ist das archiv mit zeitungen mit enzyklopädien und mit ich glaube forschungsberichten die mit dass man immer wieder braucht weil man da eben bestimmte themen nachschlägt das sind die experimente die es auch in vielen fällen gibt wo einfach Sherlock was bestimmtes überprüft die auch sehr unterschiedlich sind im ersten fall zum beispiel hatte man da mal einen test mit einem harpunenwurf ob man auch als ungeübter gut treffen kann war das dann gibt es das ganze experiment zum beispiel aus dem fall mit kew gardens oder eben die experimente im letzten fall wo man austestet ob jemand verschwinden kann einfach so unbemerkt aus der gaste etc also die experimente sind ziemlich cool ja und dann gibt es noch das mikroskop beziehungsweise allgemein diese chemischen experimente die man auch machen kann und also machen muss manchmal und die einfach eine ziemlich coole idee sind also dass man einfach so viele möglichkeiten hat in dem fall vorzugehen passt einfach sehr gut in die atmosphäre weil man fühlt sich da einfach dann sehr stark in dem detektiv flair wenn das zweite was ich gut finde ist dass man freiheiten hat wen man verdächtigt und wie man die schlussfolgerungen zieht man hat einfach manchmal möglichkeiten welche schlussfolgerungen man ziehen möchte aus den fakten die man hat und hat immer zumindest mindestens zwei täter wo man daneben entscheiden kann was mit denen passiert und ja man kann halt wie gesagt auch daneben liegen und das ist halt ziemlich cool finde ich gemacht und das dritte was ich gut finde sind die unterschiedlichen rätsel einlagen ja einige werden sich wundern die dieses format schon länger verfolgen denn ich bin eigentlich keine rätsel fan aber bei shellacombs crimes and punishments hat hat man einfach sehr viele verschiedene arten kleiner rätsel da ist zum beispiel das schloss knacken was sehr wichtig ist da ist zum beispiel das mit dem wie nennt man das mit den vorstellungen verknüpfen oder halt sich ein bild machen zum beispiel von den gerüchten bei dem schiff am anfang mit dem tabak oder mit der zigarre im zweiten fall es ist einfach ich bin kein fan von allen rätseln also gerade das schalter rätsel mit rastempel wissen wir euch das gesehen haben hat mich verdammt angekotzt weil man da kaum das sieht aber man kann theoretisch die rätsel überspringen und ist nicht gezwungen sie zu machen und das wenn sie zu schwer sind und das finde ich gut also bis halt auf das schalter rätsel mit rastempel das konnte man nämlich nicht überspringen aus welchem grund auch immer was ich nicht so gut finde beim gameplay ist dass man bei verhören oder befragungen kaum eingriffsmöglichkeiten hat also bei den gesprächen die man eben mit zeugen führt oder halt mit verdächtigen man kann zwar wählen was man sagt und manchmal kann man natürlich auch schnell auf q drücken und dann was auswählen wenn zum beispiel die person versucht zu lügen und man weiß es halt besser aus bestimmten fakten aber das war es halt auch schon ich hätte mir da gewünscht dass man zum beispiel wählen kann wie man etwas sagt also sagen würde zum beispiel man klickt eben ein thema an und dass man dann zum beispiel noch mal ein menü gemacht hätten gemacht hätte so von wegen ob man vielleicht quasi etwas zwischen den zeilen fragen möchte ob man direkt fragen möchte wie aggressiv man sein will und so und das gibt es halt leider nicht das finde ich ein bisschen schade ähm das zweite was ich schade finde ist dass die orte nicht gleich wichtig sind ähm man kann ja bei jedem fall einige orte besuchen aber die orte sind einfach nicht gleich wichtig ähm ein gutes beispiel ist zum beispiel baker street zu scotland yard denn die baker street ist sehr wichtig weil dort ist halt das archiv in den meisten fällen äh außer dem zweiten glaube ich ähm und dort ist halt hobie weil jemand braucht und äh dort macht man halt auch einige experimente und da gibt es scotland yard was eigentlich auch wichtig ist das problem ist nur scotland yard braucht man also ich hatte manchmal das gefühl äh dass man das kaum braucht denn was war da groß ähm da war einmal die autopsie einer leiche also genau genommen zweimal ähm aber beide male mit spuren die man auch theoretisch bei sich hätte machen können äh da waren ein paar vernehmungen von verdächtigen die man aber teilweise eben auch allgemein bei den orten führt und eben nicht nur bei scotland yard und gegenstände von den verstorbenen aber auch nicht immer und auch nicht unbedingt mega viel ähm noch krasser ist es natürlich bei den orten die dann immer nur einzeln vorkommen in den fällen und danach nicht mehr äh da gab es zum beispiel eben beim verschwundenen zug gab es mehrere bahnhöfe und ja die waren halt nicht gleich wichtig weil an manchen bahnhöfen hat man halt viele gespräche geführt an anderen bahnhöfen hat man nur eine handvoll spuren gefunden wenn überhaupt ich denke ihr wisst was ich meine also ich hatte einfach das gefühl dass die orte nicht gleich wichtig sind und das dritte was ich etwas schade finde ist dass manche möglichkeiten die vorher erwähnt wurden eben von fallbearbeitung eher selten genutzt werden ein beispiel sind die verkleidungen man kann sich nämlich verkleiden das ist so eine art schminktisch da kann man eben bad ändern oder beziehungsweise anbringen man kann haare verändern man kann verschiedene hüte tragen und im schrank kann man natürlich verschiedene outfits benutzen und ja man braucht das zweimal einmal im ersten und einmal im letzten fall aber das war es halt auch schon ich finde gerade dieses verkleiden feature hätte in fast jedem fall was gebracht also zumindest ein bisschen einfach zur informationsbeschaffung aber man ist halt nicht verpflichtet dazu bei manchen anderen sachen ist man verpflichtet und da irgendwie nicht und das finde ich ein bisschen schade also das ist so ein beispiel und ja dann kommen wir als drittes zur grafik bei der grafik finde ich schön dass die musik und sprecher wirklich sehr gut gewählt sind das muss man einfach sagen die musik wiederholt sich zwar manchmal aber passt sehr gut und die sprecher auch weil die können gut emotionen überbringen und man kauft denen auch die jeweiligen rollen ab muss ich wirklich sagen das haben die entwickler gut gemacht das zweite was ich gut finde bei der grafik ist dass es eben viele verschiedene orte sind ja natürlich das beißt sich gerade ein bisschen mit dass manche orte nicht gleich wichtig sind aber es ist halt schön dass man merkt man ist in und um london unterwegs in einer großstadt und ähm hat einfach sehr viele verschiedene orte wo man suchen kann und die sehen halt alle unterschiedlich aus gerade grafisch unterscheiden die sich halt sehr sehr stark und das ist ziemlich cool finde ich das dritte was ich cool finde bei grafik was ich gut finde ist dass allgemein viel lebe zum detail gelegt wurde ähm zum beispiel die kutschenfahrten die ladebildschirme sind äh wenn man eben von einem ort zum anderen reist finde ich halt sehr gut weil es ist halt einfach für diese zeit das klassische transportmittel passt einfach sehr gut rein auch allgemein bei den orten selber merkt meint dass sich da mühe gegeben wurde die orte überzeugend darzustellen also das frigidarium zum beispiel beim fall das blutbad das war der dritte fall ist sehr cool mit den römischen sachen dann halt der mitras tempel oder die baustelle oder halt die verschiedenen bahnhöfe bei eben dem verschwundenen zug also man merkt schon die entwickler haben sich da mühe gegeben dass man eben auch im detail merkt dass man eben ja dort im viktoranischen london ist und dass sich die orte einfach alle sehr gut einfügen wie gesagt macht viel zur atmosphäre nicht so gut bei der grafik finde ich unsichtbare wände unsichtbare wände fallen leider bei der grafik oft auf ein gutes beispiel dafür ist wenn man wohin gereist ist mit der kutsche ich meine ja mit keinem hauptort sondern nebenort also zum beispiel nehmen wir beim beispiel der verschwundenen züge den see oder die mine und das problem ist einfach wenn man dann mal in die falsche richtung kommt dann ploppt automatisch die karte auf Sherlock dreht sich um und ähm man steht wieder am anfang und das ist halt teilweise echt unschön das sieht teilweise einfach unschön aus ich hätte es cool gefunden wenn man da schon hätte erkunden können und dann halt nichts gefunden hätte aber dieses automatisch umdrehen und karte öffnen dieses abrupte einfach wirkt einfach in meinen augen sehr unschön äh das merkt man auch sehr schön beim letzten fall wo man dann wie gesagt in london unterwegs ist weil da eben auch auf einer straße der mord passiert ist und man kann an manche orte einfach nicht hin weil ja wie gesagt Sherlock dreht sich dann automatisch um und öffnet die karte das ist ich weiß nicht das ist ein bisschen strange und äh unsichtbare wände mag natürlich auch nicht je mögen halt auch spieler allgemein nicht so das zweite was ich bei der grafik ein bisschen schlecht finde sind dass die beweise im auftrags buch teilweise sagen wir mal sehr kurz beschrieben sind also man hat ja eben sein auftrags buch da hat man einmal die auftrage drin man hat die bisherigen gespräche drin man hat die karte eben drin mit den verschiedenen orten dann hat man drin die souvenirs die man bisher von fällen gesammelt hat und äh die echos das sind eben die briefe von den vorherigen fällen also die reaktion quasi und eben auch die beweise wo man eben verschiedene beweise sammelt das problem ist dass die beschreibung manchmal arg kurz ist zum beispiel bei der vorletzten folge wo wir in dem herrenhaus waren und die fallen vorbereitet haben und dann eben zum beispiel erst sei genommen haben oder die pernhalskette da steht halt dann nicht viel dabei irgendwie weiß ich nicht da steht nur ein satz und bei manchen stehen einfach mehrere sätze und steht dann meist auch nur ein wort zum beispiel erfragen oder analysieren oder verwenden aber halt nicht wo man weiß weder bei wem man das erfragen soll noch wo man es verwenden soll analysieren also meistens kann man sich denken aber es ist einfach etwas kurz gehalten finde ich hätte ich schöner gefunden wenn sich die entwickler da ein bisschen mehr raum genommen hätten klar man muss jetzt eine in einem detektivspiel einem nicht quasi jeden jeden hinweis geben weil ein bisschen nachdenken soll der spieler ja aber naja ich finde die beschreibung manchmal etwas nach kurz kommen wir zum sonstigen das diesmal zwei sachen und eine frage wie gesagt wieder positiv noch negativ dinge die einfach auffallen das erste was auffällt es gibt keine deutsche sprachausgabe das ist irgendwie schade es gibt deutsche untertitel aber sherlock und co sprechen englisch ich habe irgendwo mal aufgeschnappt dass das einfach war weil der entwickler zum bestimmten zwei punkte später aus haben wollte ich finde es auch nicht negativ denn ja es ist halt in england und deswegen passt englisch da einfach sehr gut rein das passt so in die atmosphäre aber es fällt halt einfach auf dass es keine deutsche sprachausgabe gibt so und ist in meinen augen ein bisschen schade das das zweite ist man kann nicht selber speichern das ist halt ihr wisst es leute die das format länger kennen wissen ist ich mag spiele wo man selber speichern kann weil man hat einfach volle kontrolle wann man was wie tut man kann laden und ähnliches und ja man hätte sachen laden können es gab ja zwei folgen wo man mich nicht gehört hat und ja ich hätte die laden können aber das problem ist halt dass das spiel dann automatisch verzeichnis anlegt und da dann das richtige zu finden ist so ein bisschen sehr nervig deswegen habe ich das dann auch nicht gemacht und ich verstehe einfach nicht warum man nicht selber speichern kann ich finde es nicht negativ denn die speicherpunkte sind fair gesetzt die sind meistens in erreichbarer nähe also nicht mega weit auseinander aber manchmal eben schon und das ist ein bisschen naja also wie wie gesagt finde ich nicht unbedingt negativ aber fällt auf und ich persönlich wie ihr wisst bin da einfach kein fan davon ich mag es einfach wenn ich selber speichern kann ja und das dritte ist die frage und diese frage könnte vielleicht ein paar leute irritieren aber ich stelle sie trotzdem und zwar was macht die letzte entscheidung aus denn wie gesagt die entscheidungen haben leider keine auswirkungen auf die zukünftigen fälle die letzte entscheidung die man hat ist eben die mit dem mary man wie gesagt ob man die unterstützt indem man die zigarette in wasser einmal wirft und sie dann eben die den sprengstoff nehmen können und die londoner börse sprengen können oder ob man wie es jetzt verhältlich war sie auffällt weil man eben die zigarette auch bei der pulverspur würft diese pulverspur geht zu den fässern und die explodieren das ist halt man weiß halt nicht was das ausmacht klar es gibt danach noch ein gespräch zwischen micro und sherlock und wie gesagt es ist halt spielende vielleicht ist es in zukünftigen teil dann erklärt aber irgendwie in dem kontext macht es halt nicht wirklich was aus und das ich finde es nicht negativ weil es war trotzdem ein schöner abschluss des spiels muss ich sagen aber für die fälle an sich zum beispiel ist es unwichtig weil für die fälle an sich ist nur wichtig täter und dann der gnade oder keine gnade und natürlich wenn man drauf fährt liegt ob der täter auch der richtige war aber die mary man fallen da einfach aus dem raster wir gehören nicht zu irgendeinem der fälle dazu sondern sind quasi so ein sekundäres sind quasi so eine sekundäre geschichte in dem spiel und deswegen finde ich es ein bisschen schade ja um auf ein fazit zu kommen ich finde crimes and punishments ein sehr schönes spiel die atmosphäre ist wirklich sehr gut also gerade ich hatte beim spielen wirklich das gefühl auch Sherlock Holmes zu sein denn ja man fühlt es einfach man fühlt einfach den drang die fälle richtig aufklären zu wollen man fühlt einfach die verschiedenen möglichkeiten wie man die fälle bearbeiten kann und wie gesagt die grafik trägt durchaus in dem fall einen großen teil dazu bei und ihr wisst ich bin eigentlich kein grafik typ muss es aber in dem fall einfach sagen aber natürlich ist es kein perfektes spiel also gerade das zum beispiel gerade das die fälle nicht wirklich miteinander zu tun haben und dass die letztendlich völlig egal ist wie sie ausgehen ist etwas das mich irgendwie stört weiß ich nicht ich hätte da einfach besser gefunden wenn man die sechs fälle miteinander verküpft hätte wenn es eine große geschichte gegeben hätte wo die sechs halt reinfallen aber das ist es in meinen augen nicht ihr könnt das gerne anders sehen dann in die kommentare wie gesagt kommentare aller art gerne gesehen aber in meinen augen ist es das einfach nicht und das haut Sherlock Holmes crimes und punishments leider etwas runter aber es ist ja auch nicht das einzige negative ich habe jetzt paar negative punkte genannt die meisten finde ich jetzt nicht so heftig sind jetzt eher so meckert auf hohem niveau aber wie gesagt ich soll negativ punkte auch dass manche nebenfiguren eigentlich kaum wichtig sind finde ich ein bisschen schade ich würde persönlich dem spiel ja dreieinhalb bis vier sterne von fünf geben tendenz eher zu vieren weil es ist ein gutes spiel ich finde man soll kann es sich durchaus ansehen ich finde es auf jeden fall ein ein ja wie soll ich sagen ein gelungenes game auch von angenehmer länge wir haben jetzt knapp 49 folgen gebraucht ist also auch nicht zu kurz aber perfekt ist es halt nicht wie gesagt gerade das mit der story finde ich ein bisschen doof ansonsten und ansonsten sind es halt kleinigkeiten die stören wie gesagt die man sich beim wendet zum beispiel oder dass man halt in gesprächen nicht wirklich eingreifen kann aber das sind halt irgendwie kleinigkeiten übrigens noch etwas bei der grafik was negativ ist was ich jetzt fast vergessen habe ist dass manchmal die grafik etwas komisches also beispielsweise da fällt mir sofort ein die autopsy bei q gardens wo ich auch im part gesagt habe ja die organe sehen irgendwie plastisch aus das fällt mir gerade spontan ein aber ich glaube es gibt so ein paar fälle wo die grafik irgendwie etwas seltsam ist ich meine ja ich habe natürlich auch niedrigste grafik gespielt aber trotzdem das war auch noch so ein negativpunkt er ändert aber nichts an der letztendlichen wertung also wie gesagt dreieinhalb bis vier sterne von fünf tendenz zu vier sterne also wirklich ein gutes spiel kein perfektes spiel aber ich denke spielen kann man es durchaus ja das war's für diese folge vielen dank fürs zuschauen wie immer ich hoffe dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann wenn ihr möchtet später zu den normalen let's play folgen wieder und ja ich denke nächste woche kommt dann wieder ein let's rank kommt natürlich noch an wie lange die spiele die wir spielen gehen aber vielleicht machen wir es dann auch mit eben vier folgen da könnt ihr auch mal wenn ihr möchtet in die kommentare eure meinung kundtun bis dann zum nächsten folge freunde gehabt euch wohl